Die Rinne hier unten, die ist wieder richtig ausgespült zum Wasser hin, dass du die nachher nochmal ein bisschen zuziehst, damit die nicht mit dem Wohnwagen irgendwie da mit dem Rad reinkommen oder so. Gerade hat es noch geregnet im Harz, aber das schlechte Wetter, wie in den letzten Wochen, hält Campingliebhaber nicht vom Reisen ab. Alle 200 Stellplätze hier auf dem Campingplatz in Goslar-Harnenkli sind seit Juli komplett ausgebucht. Wir hatten letztes Jahr schon eine super Auslastung. Klar, dank Corona, viele sind immer noch in Deutschland geblieben. Camping hat durch Corona nochmal einen Boom mitbekommen. Und dann haben wir dieses Jahr gesagt, wir freuen uns, wenn wir die Zahlen wieder erreichen vom letzten Jahr. Und per Mitte des Jahres, also per 31. Juli, liegen wir jetzt bei 25% plus und sind völlig perplex, dass das überhaupt möglich ist. Und auch sonst ist der Harz beliebt. Die Hoteliers und Gaststättenbetreiber sind sehr zufrieden mit der Buchungslage. Zunächst ist der Sommer ein bisschen Verhalten gestartet, aber jetzt kann man durchaus sagen, dass in den meisten Orten eine positive Entwicklung sich abzeichnet, was die Übernachtungen angeht. Einige Orte melden sogar, dass sie vor Corona-Niveau wieder erreicht haben. Auch Freizeitangebote sind gut besucht, wie das Museumsbergwerk Rammelsberg in Goslar. Hier kamen diesen Juli 10% mehr Gäste als im Vorjahr. Wir haben einen großen Anstieg im Bereich der Besucher, die nicht aus der Bundesrepublik kommen, hier hauptsächlich Niederländer und Dänen. Und wir haben aber einen Rückgang im Umkreis von 100 Kilometer, so Tagesausflüge. Wir denken, und wenn ich mit den musealen Kollegen spreche, bestätigt sich das auch, das ist ganz klar diese Mischung aus realer und gefühlter Inflation. Auch die Touristiker stellen fest, die Urlaubskasse ist knapper und Reisen werden spontaner gebucht. Nichtsdestotrotz, Urlaub im Inland liegt weiterhin im Trend. In der Lüneburger Heide sind die Unterkünfte ausgebucht. Familien bleiben im Schnitt nun 5 Nächte, statt wie vor Corona 3. An der Küste und auf den Inseln waren die Gastgeber hingegen zwischen 70 und 90% ausgelastet. Und Lydia Böttcher auf dem Campingplatz in Harnklee freut sich schon auf die Herbstferien. Zwei Tritte ihrer Stellplätze sind schon gebucht. An der Küste fragen wir jetzt aber nochmal explizit nach. Bei Sebastian Duden, live zugeschaltet von Norderney. Wir haben es gerade gehört, Sebastian, 70 bis 90% Auslastung. Das ist ja doch noch ein Stückchen weit weg von der 100. Wie zufrieden sind die Gastronomen denn da vor Ort? Man sitzt ja vielleicht auch hier hinter mir. Also es ist zwar wunderschön hier, aber so richtig nach Hauptsaison fühlt sich das nicht an. Und das macht auch den Gastronomen und Hotelbesitzern hier Sorgen. Die haben deswegen eine Blitzumfrage in Auftrag gegeben vom Hotel- und Gaststättenverband. Und das war ziemlich niederschmetternd, was aber rausgekommen ist. Nämlich 50%, also mehr als 50% der Betriebe, die mitgemacht haben, haben gesagt, unsere Saison ist deutlich schlechter als die letzte. Im Schnitt 12,5% weniger Buchung und Umsatz. Und das ist natürlich schon eine ziemlich drastische Zahl. Und das spiegelt sich natürlich auch hier vor Ort wieder, das merkt man. Und das liegt natürlich im Wesentlichen daran, dass das Wetter schlecht war, aber auch die Entwicklung, die sich vorher schon abgezeichnet haben, durch Fachkräftemangel und die gestiegenen Kosten. Es gibt bestimmt noch einen Grund, Sebastian. Von der anderen Seite gedacht, mal als vierköpfige Familie, mal eben essen gehen und dann auch noch Urlaub ein paar Tage, wird schnell recht teuer. Vielleicht liegt es auch daran. Die Leute sparen, genau, das ist richtig. Ich habe hier gerade zwei Frauen gesehen, die saßen mit einer mitgebrachten Dose Prosecco an der Promenade und haben gesagt, den Zirkus mit den Preisen, den machen wir hier nicht mit. Ich habe eine eigene Stichprobe gezogen, bin durch den Ort gegangen. Pizza 15 Euro, Scholle Finkenwerder 22 Euro, Steak 200 Gramm 31 Euro. Das muss man sich mit einer vierköpfigen Familie erstmal erlauben können. Die Gastronomen sagen natürlich, gut, das liegt an den Energiekosten, das liegt an den Personalkosten, das ist alles ein bisschen mehr geworden. Aber natürlich, wie gesagt, das größte Problem ist das eben, dass die Preise so hoch sind. Das sagen uns auch die Touristen hier auf der Promenade und der Fachkräftemangel. Das haben wir von vielen Leuten hier zu hören gekriegt. Ich denke auch, die Hoteliers, die klagen etwas darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, was zu finden. Das ist richtig, ja, das merkt man auch. Wird doch nicht anderthalb Schuhe hier morgens los mit dem Schiff rüber und mit dem Schiff wieder zurück machen? Auch nicht. Also, so schön es hier ist, also arbeiten und so ist nichts. Ich sage mal, das kann man auch von zu Hause. Von daher braucht man sich ja nicht zu wundern, dass das hier genauso ist. Es ist ja eher noch schwieriger, Personal auf so eine Insel zu bekommen, denke ich mal. Negativspirale weiterdreht. Wo landen wir dann am Ende, wenn man das mal vom Ende her denkt? Genau, also ein Drittel der Betriebe sagte jetzt hier zum Beispiel, dass sie auch ihren Personalmangel gar nicht decken konnten. Das heißt, es wird weiterhin ein Thema bleiben, was sich auch in den Kosten niederschlagen wird, weil natürlich mehr Gehälter gezahlt werden, weil natürlich auch sogenannte Incentives geboten werden, wie eine Wohnung, wie Versorgung der Mitarbeiter, damit hier die Leute herkommen. Das heißt, das wird sich in den Kosten weiter niederschlagen. Es wird teurer werden. Auch die Energiekosten bleiben weiter ein Thema, weil die geben drei Viertel der Betriebe nach eigenen Angaben hier noch gar nicht an die Kunden weiter. Vielen Dank an Sebastian Duden für dieses Ferienfazit aus Norderney.